Musik Wir starten unser Samstag-Nachmittags-Fitness-Wellness-Programm Aufmerkaufgelung der Krawisen, wo wir uns alle eingefunden haben zum sechsten Elektro-Inteller-Jet-Beating hier in Salzburg. Wir wissen, dass alle zwei Jahre stattfinden, Pilot aus der Schweiz, der Andy Holtz, der ganz ganz gern nach Salzburg kommt. Er zeigt uns seine F-104 Starfighter, ein absoluter Klassiker unter den Jet-Flugzeugen. Nicht nur bei den Modellfliegern, sondern natürlich auch in der großen Jet-Szene. Beim Starfighter ganz markant und darum leicht zu erkennen, ein sehr sehr lang gestreckter Rumpf und ganz ganz wenig Tragfläche, weil natürlich hier der Rumpf auch die tragende Rolle übernimmt, also aerodynamisch mitträgt. Und als Abfangjäger ist Geschwindigkeit ja ganz wichtig. Jetzt kommt er ganz langsam hier aus Oldendorf. Und damit es Ihnen nicht langweilig wird, wie wir geste, darf man auch mal klatschen zwischendurch. Der Pilot freut sich. Fahrrad hat er wieder angefangen. War also ein Uferflug unsauber mit allem draußen, was man raushängen kann an einem Flugzeug. Acht Kilo schweres Gewicht stimmt wenigstens, aufgewogen in Schweizer Franken. Sehr schön vorgeflogen von Andreas. Wie erwähnt 120 Millimeter Impeller vom Durchmesser her komplett in Holz getaut. Omecke. Und jetzt ist ein Landrundflug. Super schön, perfekte Landung. Nose up. Und dann haben wir die neue Superhandel. Und dann. Jetzt geht es hier zack zack. Das kann sein, dass es ein bisschen länger dauert. Sehr richtig. Sehr richtig. Sehr richtig. Sehr richtig. Sehr richtig. Gutänk. Gmbh. Gmbh. W1-2-3. W1-2. W2-5.